Am selben Abend habe ich noch den ersten Teil des Dokumentarfilms angesehen und schon bei der Einführungsmusik habe ich ein Kribbeln im ganzen Körper gespürt und mir wurde ganz heiß und da habe ich schon gemerkt, oh jetzt arbeitet es in dir. Am 5. März 2021 hat mich das Coronavirus erwischt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits seit sechs Wochen niemanden mehr berührt. Keinen Menschen. Ich hatte solche Angst. Da schon. Und als ich dann festgestellt hatte, dass es mich auch erwischt hatte, wurde die Angst immer größer. Ich wusste nicht, was mit meinem Körper passiert und keiner konnte mir es erklären. Mein Körper hat wie verrückt gespielt. Ja, so war ich zwei Wochen alleine zu Hause mit den Gedanken, mit der Angst und konnte nicht mehr. Als ich wieder raus durfte, bin ich sofort zu meiner Familie gefahren, um Trost und Nähe und vor allem Umarmungen zu suchen. Aber die Beschwerden wurden nicht besser. Im Gegenteil, ich war stark kurzatmig, hatte ständige Schmerzen in der Brust, Schwindelgefühle. Ich war energie- und kraftlos, nur noch müde und erschöpft und bin bei der kleinsten psychischen oder körperlichen Belastung weinend zusammengebrochen. Teilweise direkt, teilweise ein bis zwei Tage später. Ich habe überall nach Hilfe gesucht, alles Mögliche versucht, über die traditionelle chinesische Medizin. Ich habe Fachärzte aufgesucht, einen Lungenfacharzt, einen Kardiologen, aber keiner konnte mir helfen. Der Lungenfacharzt hat mich dann krankgeschrieben. Und ab da bestand mein Tag zu ca. 80% nur aus Liegen und Ausruhen, aus der Vermeidung jeglicher Reize. Weil schon zu viel Licht oder zu viele Geräusche waren einfach zu viel. Es war einfach alles zu viel für mich. Ja, so ging das dann einige Monate. Ich konnte nicht mehr. Abends im Bett habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben laut zu Gott gesprochen und gesagt, bitte, bitte lieber Gott, wenn es dich gibt, bitte hilf mir. Ich kann nicht mehr. Circa eine Woche später kam dann eine Kollegin zu Besuch. Und ich habe ihr so mein Leid geklagt und berichtet, wie es mir ging. Da hat sie mir von Bruno Gröning erzählt. Vom Dokumentarfilm auf YouTube. Vom Freundeskreis. Und am selben Abend habe ich noch den ersten Teil des Dokumentarfilms angesehen. Und schon bei der Einführungsmusik habe ich ein Kribbeln im ganzen Körper gespürt. Und mir wurde ganz heiß und da habe ich schon gemerkt, oh, jetzt arbeitet es in dir. In den darauffolgenden Tagen habe ich dann noch den zweiten und dritten Teil angesehen und sie später mit Fragen gelöchert. Auch die Webseite des Freundeskreises habe ich einmal komplett auf links gedreht und mir alles durchgesehen, was ich finden konnte. Ja, ich habe dann darum gebeten, eingeführt zu werden und bin dann zu einer Gemeinschaftsleiterin nach Hause gefahren. Am selben Tag war ich noch mit einem Bekannten verabredet und zum Treffpunkt brauchte ich ca. 15 bis 20 Minuten mit dem Fahrrad. Ja, beim Fahrradfahren habe ich dann gemerkt, es geht ganz normal. Ich war völlig krafterfüllt, konnte in meinem normalen Fahrradtempo Fahrrad fahren und bin in den 20 Minuten da angekommen. Er hat noch telefoniert und so hatte ich noch Zeit, um mich reinzuspüren und habe gemerkt, die Kurzatmigkeit ist völlig verflogen. Und ja, ganz erfüllt von diesem Erlebnis, dass ich einfach so Fahrrad fahren konnte, habe ich mir gedacht, zwei Tage später am Sonntag zu den Beachvolleyballplätzen zu fahren, auf denen meine Mannschaft trainiert. Und wenn die Fahrt dorthin gut ging, dass ich dann vielleicht ein oder zwei Sätze spielen könnte. Die Fahrt hat wunderbar funktioniert. Ich bin gut dort angekommen und so habe ich den ersten Satz gespielt. Das war gut anstrengend. Ich habe dann etwas Pause gemacht und mein Körper hat sich innerhalb kürzester Zeit regeneriert und so konnte ich an dem Tag noch zwei weitere Sätze spielen. Viel mehr, als ich anfangs gedacht hatte. Ich habe mich so darüber gefreut und ich war so glücklich, dass ich plötzlich alles wieder machen konnte. Sport machen konnte, normal laufen konnte. Ich war so fröhlich und glücklich von innen heraus, dass auch meine Familie gesagt hat, Mensch Ramona, du strahlst richtig. Und mir ging es auch so. Ich war so glücklich. Ja, als ob ein neues Leben begonnen hätte. Und ich durfte dann nach circa fünfmonatiger Krankheitsphase Stück für Stück wieder zur Vollzeitarbeit übergehen. Ich arbeite mittlerweile wieder 40 Stunden die Woche. Ich mache vier bis fünf Mal die Woche Sport. Ich kann alles machen, was ich möchte. Ich bin immer noch richtig, richtig glücklich. Über ein Jahr später. Es hat nicht aufgehört. Und ich bin einfach nur so dankbar, vom Bruno Gröning Freundeskreis erfahren zu haben, von Bruno Grönings Lehre erfahren zu haben. von Bruno Gröning Freundeskreis